Deine Anfänge war bei der Bank. Jetzt kam der Punkt, du hast nebenbei angefangen als Immobilienmakler, selbstständig, direkt unter eigener Flagge. Richtig. Hast du gerade gesagt, ich wusste oder ich weiß, dass ich es besser kann als andere. Wo siehst du die Herausforderungen oder die Fehler, die auch in der Branche gemacht werden von dem einen oder anderen? Also das, was mir ganz klar aufgefallen ist. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Immolution. Heute zu Gast der liebe Burak Dilek aus Bremen. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf diese Folge aus einem folgenden Grund und zwar, weil der Burak noch nicht so lange bei uns ist, aber umso mehr geschafft und erreicht hat. Aber ich bin natürlich auch gespannt auf die generelle Story, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Deshalb stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du genau? Vielen Dank. Also zunächst einmal auch vielen Dank für die Einladung, Leon. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen. Wie du in deinem Intro bereits erwähnt hast, komme ich aus dem wunderschönen Bremen. Ich bin 28 Jahre jung, habe meinen Ursprung irgendwo in der Bank, habe irgendwann mal den Beruf des Bankkaufmanns gelernt, danach die Fortbildung zum Bankfachwirt gemacht. Und seit Dezember 2020 habe ich nebenberuflich als Immobilienmakler angefangen. Seit November 2021 bin ich komplett selbstständig und ich verdiene mein Geld als Immobilienmakler und als Baufinanzierer. Okay, du hast jetzt ja schon einiges genannt, so die Zeitspur einmal abgelaufen. Lass uns mal auf so jeden Step mal eins hin eingehen. Deine Anfänge war bei der Bank. Genau. Mit wie vielen Jahren hast du bei der Bank angefangen und was war da so deine Aufgabe? Also ich habe 2016 meine Ausbildung zu Bankkaufmann angefangen in Hamburg. Die Ausbildung konnte ich glücklicherweise nach anderthalb Jahren schon vorzeitig beenden. Das war, dann habe ich Anfang 2018, Ende 2017 als Privatkundenberater angefangen, hatte aber schon während der Ausbildung immer den Drang zu Immobilien. Ich habe da in der Kreditsachbearbeitung gearbeitet und da gab es immer so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich schon wusste, hey Burak, so Immobilien liegen dir und die Maklerei liegt dir. Woher kam dieses Schlüsselerlebnis? Was war das für ein Ereignis? Ja, das ist auch ein bisschen etwas Trauriges auf der einen Seite, aber für mich auch, das war ein positives Feedback. Ich hatte einen Teamleiter, der hat zu mir gesagt, vom Tag 1 an Burak, Kreditsachbearbeitung ist gar nichts für dich. Er sagt, du bist der geborene Immobilienmakler. Er sagt, nimm das Wissen hier mit auf und dann versuch dich später auf dem großen Markt als Immobilienmakler. Der Teamleiter ist leider zwei Wochen danach verstorben, deswegen ist es damals immer so in meinem Kopf hängen geblieben. Und da war schon mal so der erste Gedanke, ganz vorsichtig, irgendwann Immobilienmakler, aber das war noch überhaupt nicht greifbar. Dann habe ich angefangen als Privatkundenberater, man hat sich mit dem Thema Immobilie auseinandergesetzt, hat die eher ein oder andere Wohnung als Kapitalanlage erworben, um etwas für die Rente aufzubauen. Aber ich habe gemerkt, das reicht mir nicht. Ich will mehr. Und dann habe ich mich Ende 2020 dazu entschieden, hey, jetzt fängst du an, du kannst es besser. Probier es, du hast nichts zu verlieren, Burak. Das war eigentlich so mein Start. Habe da aber noch natürlich Vollzeit in der Bank gearbeitet und das Ganze nebenbei aufgebaut. Okay, ich meine, nebenbei etwas aufzubauen ist natürlich auch eine Herausforderung, was Zeitmanagement und so weiter angeht. Und jetzt hast du gerade gesagt, ich wusste oder ich weiß, dass ich es besser kann als andere. Was konkret meinst du damit? Also wo siehst du die Herausforderungen oder die Fehler, die auch in der Branche gemacht werden von dem einen oder anderen? Also das, was mir ganz klar aufgefallen ist, auch in der Korrespondenz mit den Maklerkollegen tatsächlich. Oftmals hat so die Empathie in den zwischenmenschlichen Gesprächen gefehlt. Auf der anderen Seite habe ich immer oftmals sehr, sehr schöne Objekte auch gesehen, wo ich der Meinung war, die wurden nicht so präsentiert, wie sie eigentlich präsentiert werden sollten. Also da wäre für den Eigentümer der ein oder andere Euro noch mehr drin gewesen. Und einfach so, mir hat so die Dynamik gefehlt. Diese frische bisschen, dieses dynamische, bisschen kreativ sein für etwas Neues, offen sein. Und ich habe da einfach Potenzial erkannt ohne Ende. Und also das war so meine intrinsische Motivation dahinter. Das gefällt mir sehr gut, was du gesagt hast, die Dynamik hat dir gefehlt. Also das ist tatsächlich der Fall, das merkt man immer wieder, dass echt bei einigen die Dynamik raus ist und es einfach nur noch so ein Abarbeiten ist. Ja, oder auch so dieses flexible Arbeiten. Vielleicht auch mal um 20 Uhr auf eine WhatsApp reagieren oder sonstiges. Kleinigkeiten einfach, wo ich sage... Da sagst du was Lustiges. Ich habe Anrufe um 18.10 Uhr. Ja, sie rufen mich an, ich sitze mit der Familie beim Essen, keine Zeit mehr. Ja, also wirklich schon so klarer Cut, 18 Uhr Schlüsse wird fallen gelassen. Ja. Aber Selbstständigkeit hört ja nicht um 18 Uhr auf. Auf gar keinen Fall. Selbstunständig, wie das Wort schon sagt. Ja, und das ist halt etwas, was ich auch jetzt so als Feedback von meinen Kunden wiederbekomme. Also ich bin auch in meinem Urlaub für meine Kunden erreichbar. Weil ein Kauf einer Immobilie, das ist etwas, da gehen die Menschen eine große Verpflichtung mit ein. Da steckt in der Regel eine große Finanzierung dahinter. Wir sprechen über hohe Kaufpreise, die die Menschen ein Leben lang binden. Und dann denke ich mir, ich nehme mir das Recht nicht raus, nicht auf eine Antwort zu reagieren. Weil ich bin für jeden Kunden dankbar. Die Menschen vertrauen mir, sei es der Eigentümer oder sei es auch der Käufer, die vertrauen mir wirklich einen Teil ihres Lebens für den Moment an. Und da bin ich auch 24-7 voller Motivation erreichbar. Und wenn ich dann mal nicht rangehe, weil ich im Kundengespräch bin oder Sonstiges... Oh, rufst du zurück. Ich rufe zurück. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was die Spreu vom Weizen trennt. Okay. Sehr schön gesagt. Jetzt kam der Punkt, du hast nebenbei angefangen als Immobilienmakler. Genau. Selbstständig, direkt unter eigener Flagge. Richtig. Was waren die Herausforderungen gerade am Anfang für dich, die dir das Leben, sag ich mal, ja, erschwert haben? Ja, du fängst erstmal natürlich an und die Frage ist, wo fängst du an und wo hört das auf? Klar, so Akquise ist die eine Sache. Ich hatte das Privileg, zu Beginn eine sehr, sehr traumhafte Immobilienbestand bekommen zu haben, durch das private Umfeld, was zuvor bei einem anderen Makler über zehn Monate am Markt angeboten war, aber leider nicht erfolgreich realisiert werden konnte. Das heißt, die Immobilie hatte ich schon mal, aber wie geht es dann weiter? Richtige Einwertung der Immobilie, richtige Präsentation, Exposé-Vorlagen, Exposé-Text, Objektbilder, ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen, die ich hatte, die ich mir dann wirklich systematisch alles aufgeschrieben habe, wie möchte ich das machen? Und dann habe ich es hinbekommen, auch wirklich ein gutes Ergebnis erzielt mit Homestaging, mit allem drum und dran, aber das war sehr viel zusammengewürfelt. Also ich habe für mich zwar einen Plan gehabt, aber das war nicht so… Es war noch ohne, sage ich mal, klare Strukturen, klare Prozesse, etc. Genau, genau. Also ich konnte da vieles, glaube ich, wettmachen durch meinen Eifer, aber ich glaube, ich hätte vielleicht noch ein besseres Ergebnis erzielt, hätte ich da klare Strukturen und klare Prozesse. Gut, jetzt hast du die aber zum Verkauf geführt, diese erste Immobilie, richtig? Nach vier Wochen wurde die Immobilie erfolgreich beurkundet, tatsächlich. Nachdem sie zehn Monate bei einem anderen Makler online war. Ich habe natürlich da den Eigentümern gesagt, dass wir das Objekt erstmal vier Wochen aus dem Markt rausnehmen und ein sogenanntes Refresh durchführen, aber das war mein erstes Erfolgserlebnis. Und nachdem ich das erstmal gesehen habe… Und Sicherheit sehr wichtig ist, ja, gerade in dieser Phase zu Anfang. Mega, mega. Weil ich muss den Eigentümern ja Sicherheit vermitteln. Also die müssen ja merken, hey, Burak hat alles in der Hand. Und dann noch mit einer Immobilie, die auch nicht günstig war, so schnell auch an die richtige Familie vermittelt zu haben, das hat mich umso mehr gefreut. Und da habe ich Blut geleckt. Und nachdem ich auch das erstmal gesehen habe, als die Provision eingegangen ist bei mir, habe ich auf mein Konto geguckt und dachte mir, ey, krass. Und das war so ein Game Changer. Das war so ein Switch-Moment. Das war, da habe ich Blut geleckt und da habe ich erkannt, da ist noch viel mehr möglich. Okay, wie ging es dann weiter? Erzähl mir. Ja, dann waren wir 2021, ging es los. Habe ich immer noch Vollzeit in der Bank gearbeitet. Ich hatte sogar noch einen Nebenjob und nochmal die Selbstständigkeit on top, weil ich mir gesagt habe, hey, Burak, weil du jetzt mal einen guten Abschluss gemacht hast, halt die Füße still. Vergiss nicht, wo du herkommst, nach dem Motto. Dann habe ich tatsächlich wieder ein Objekt in den Bestand reinbekommen, wo ich früher selber als Investor hinterher war, wo ich mich aber mit der Eigentümerin, wir wurden uns nicht einig wegen dem Kaufpreis. Und dann kam aus dem Nichts, ein Monat danach, ich habe schon angefangen, so ein bisschen Werbung zu machen, nicht auf Instagram, schon ein bisschen, aber mehr auf WhatsApp, immer Stories gepostet, die ersten Kaffeetassen mit Logo. Um das Umfeld darauf bereit zu machen, dass du das machst. Genau. Und dann kam der zweite Auftrag von der ehemaligen Eigentümerin, die wollte das Objekt wieder an mich verkaufen und ich meinte zu ihr, hey, ich habe eine viel bessere Idee. Den Preis, den ich zahlen will, damit hast du Bauchschmerzen, aber ich kann dir ein viel besseres Ergebnis rausholen als Immobilienmakler. Und da gab es auch so einen Moment, wo ich die Kundin wirklich mit dem Satz, glaube ich, überzeugen konnte. Sie war erstmal natürlich mit Vorbehalt, soll ich mit einem Immobilienmakler arbeiten, weil sie hatte ein ganz anderes Interesse. Sie wollte das Haus an mich verkaufen und ich sage jetzt, ich verkaufe es für dich. Da habe ich einfach sie gefragt, was hast du denn zu verlieren? Im schlimmsten Fall machst du plus mindestens 30.000 Euro. Also was hast du zu verlieren? Hat sie aufgelegt, nach einer kurzen Zeit mich wieder angerufen und zack, dann kam der nächste Auftrag. Ja und dann konnten wir nach zweieinhalb Wochen auch dieses Objekt erfolgreich beurkunden und da habe ich gemerkt, hey, Burak, das läuft. Also irgendwas muss ja richtig machen. Ja, anscheinend kann ich das oder anscheinend mache ich nicht allzu viel falsch. Also klar habe ich ab und zu gewisse Momente gehabt, wo ich mir dachte, wie reagierst du da? Da hätte ich mir jemanden gerne an der Seite gewünscht, weil ich habe niemanden gehabt, der mir das gezeigt hat. Ich habe mir mein Wissen aus dem Internet rausgezogen. Ich habe natürlich Erfahrungen gehabt aufgrund meiner Ausbildung zum Bankkaufmann oder aufgrund der Fortbildung. Aber es hat geklappt, aber es hat ab und zu ein bisschen gestottert tatsächlich. Okay, verstehe. Jetzt hast du eingangs ganz am Anfang gesagt, du machst auch noch Baufinanzierung. Richtig. Zu welchem Zeitpunkt kam das dazu? Also Baufinanzierung hat bei mir auch offiziell gestartet zum 1.11.2021. Davor habe ich als Tippgeber ganz, ganz viel gemacht. Wenn man in einer Bank arbeitet, darfst du natürlich oder stehen die Produkte der Bank an allererster Stelle. Das heißt, ich hatte da einen Interessenskonflikt, war für mich kein Problem, weil ich den Arbeitgeber verstehen konnte. Aber es war für mich ein Problem, weil ich da wirklich viel Potenzial verschenkt habe. Weil ich war schon im Markt drin. Man wusste, Burak macht was mit Immobilien, weil ich habe jeden angesprochen. Rund um das Thema Immobilienankauf damals, als ich selber investiert habe. Und viele wussten, Burak macht was in der Bank. Das heißt, Bank gleich Baufinanzierung. Und ich habe halt die Kunden immer weitergeleitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, Burak, du verschenkst da Geld. Okay, also die Lücke, um die jetzt mal zu schließen. Du hast die ersten zwei Aufträge in der Selbstständigkeit gemacht. Und irgendwann kam der Punkt, wo du Baufinanzierung mit dazugenommen hast. Das war schon immer. Um das Potenzial aus deinem Netzwerk zu vergrößern. Richtig. So kann man das sagen, ja. Okay. Was würdest du sagen, wie wichtig ist Netzwerk? Das A und O. A und O. Also du brauchst ein starkes Netzwerk. Ein Netzwerk, worauf du dich natürlich verlassen kannst, aber auch was viel wichtiger ist. Dein Netzwerk muss sich auch auf dich verlassen. Weil jeder hat seine Interessen, die er verfolgt. Und ein Netzwerk ist wirklich jemand oder ein Netzwerk macht dir das Arbeiten leichter, weil du dadurch ständig Geschäft dazu bekommst. Was du natürlich erfolgreich abschließen musst. Wie hast du, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Weil oftmals höre ich oder in meinen Gesprächen, ja, ich habe ein Netzwerk, viele Leute kennen mich, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, aus meinem Netzwerk eben ein Geschäft zu machen. Wie wichtig ist es, oder wie hast du es gemacht, besser gesagt, wie hast du es gemacht, deinem Netzwerk, also dich klar bei deinem Netzwerk zu positionieren, hey, ich bin da, ihr kennt mich alle, ich mache dies, das, jenes, ein klares Angebot, etc. Wie hast du das umgesetzt? Also ich glaube, den heiligen Gral gibt es dafür nicht, sondern es war ein laufender Prozess. Also mein Umfeld hat mich immer dafür geschätzt, dass ich denen ehrliches Feedback gegeben habe, dass ich auch mal ein Nein sagen konnte, wenn etwas nicht funktioniert. Und das, was so der Game Changer war, einfach so die Beweise, dass sie sehen, hey, Burak hat schon ein paar Objekte verkauft. Es funktioniert was. Es funktioniert. Er hat ein paar Finanzierungen gemacht. Und dann ist das ja in der Regel so, wenn ich für jemanden eine Finanzierung erfolgreich vermittelt habe, sei es als ZIP-Geber oder heute als Baufinanzierer, aus diesem einen Geschäft kriege ich mindestens drei Empfehlungen. Und so baut sich das Ganze weiter auf. Okay, verstehe. Genau. Jetzt ging die Reise weiter. Du hattest natürlich neben den Erfolgen, die du hattest, aber auch die Herausforderungen im Aufbau deiner Unternehmung. Genau. Weil du hast es ja noch als Nebenjob gemacht. Richtig. Wann war der Zeitpunkt, wo du dich hundertprozentig darauf committet hast, also auf dieses eine, dass du das durchziehst? Also ich hatte den, ich habe schon immer so ein, ich will nicht sagen Unwohlsein oder so einen inneren Druck verspürt, dass Burak, mach es. Komm, zieh jetzt zu, ich mache dich komplett selbstständig. Aber man hatte auch ganz normale Ängste, die man mit sich bringt. Wir haben Ende 2020 unser Traum ausgefunden gehabt mit meiner Frau. Man geht da natürlich eine gewisse Verbindlichkeit ein. Als Angestellter in der Bank verdienst du auch damals gutes Geld. Du hast ein sicheres Einkommen. Eigentlich ist ja alles gut. Und jetzt nebenbei hast du dir ein bisschen was aufgebaut. Das hat sich so ein bisschen alles hinaus verzögert. Aber ich kann ihr nicht genau sagen, was passiert ist. Aber irgendwann war die Frustration so groß in mir, dass ich gesagt habe, hey, ich kann das nicht mehr. Ich möchte nicht meinen Teamleiter oder sonst wen danach fragen, wann ich Urlaub nehmen kann. Ich möchte keine Limitierung haben. Ich möchte mich selber limitieren. Im Sinne von, ich bin für meinen eigenen Erfolg abhängig. Und dann, also im Sommer 2021 fing das so an. Also da habe ich das sehr stark vermerkt. Und dann habe ich das auch mit dem Arbeitgeber kommuniziert, sodass ich zum 31.10. ausgetreten bin. Okay. Was ist danach passiert, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast? Ja, dann ging es so gesehen los. Dann habe ich als Baufinanzierungsberater auch richtig Fuß gefasst. Ich habe nochmal mehr Kaltakquise betrieben in Form von eBay-Kleinanzeigen. Ich habe nochmal alle Portale, bin ich durchgegangen, um ständig Geschäft zu generieren, Follow-outs. Ich hatte einige Rückschläge auch in der Zwischenzeit mit einem widerrufenden Maklervertrag. Also da kam einiges hinzu, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Und dann fing es mit der Baufinanzierung an. Da hatte ich einen guten Mentor, der mir den einen oder anderen Ratschlag gegeben hat. Das heißt, die Baufinanzierungen liefen sehr gut an. Und auch aus dem Baufinanzierungsgeschäft kamen Empfehlungen für die Maklertätigkeit. Genau. Okay. Jetzt irgendwann kam der Zeitpunkt, du hattest, war es an dem Punkt, dass du über Instagram immer wieder auch mit uns in Kontakt hattest oder Storys geliked hast. Also da war ein bestimmter Austausch, eine Interaktion vorhanden. Und irgendwann haben wir dich kontaktiert. Richtig. Sollen wir nicht mal miteinander sprechen. Ja. Wie ging es dann weiter? Genau. Also ich habe euch auf Social Media verfolgt, weil ich auch immer euren Podcast mir angesehen habe, also eure YouTube-Videos, Erfahrungsberichte. Und ich war so schon fasziniert von dem, was ihr gesagt habt, weil ich das auch als, weil ich das täglich im Beruf ausübe. Ich konnte mich damit identifizieren. Also das hat sehr gut geklappt. Und aufgrund der Interaktion auch auf Social Media hatte ich das Gefühl, als würde ich euch schon persönlich kennen. Deswegen war der Einstieg einfacher. Dann habe ich mich, glaube ich, für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch bei euch eingetragen. Das ist jetzt, glaube ich, knapp sechs bis acht Wochen her. Ja. Und dann kam auch relativ kurzfristig die Termineinladung, wo wir unser Gespräch durchgeführt haben. Mhm. Genau. Gut, dann, wir hatten, wir waren, wir haben deine, erstmal deine Ist-Situation genau gesprochen. Ja. Wo stehst du, wo willst du hin und so weiter. Ähm, dann muss man sagen, war es auch natürlich eine gewisse Hartnäckigkeit, äh, weil auch du hattest natürlich eine gewisse Sorge, ne, was ja vollkommen normal ist. Erzähl mir mal ein bisschen was davon. Was war so dein, weil irgendwo hat es dich noch gehindert. Ja, na klar. Also zunächst einmal, wenn du etwas nicht kennst oder noch irgendwo keine Erfahrung drin hast, ist der Mensch automatisch vorsichtig, weil er nichts falsch machen will. Mhm. So einer der größten Motivationen eines Menschen ist einfach, Fehler zu vermeiden. Und da habe ich einfach festgestellt, so vielleicht hatte ich deswegen einen Vorbehalt, weil es natürlich auch darum ging, hey, fängst du jetzt im Coaching an oder nicht? Also man muss eine Entscheidung treffen. Und so. Und mir war halt wichtig, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Und deswegen war ich vielleicht ein bisschen vorsichtig im Gespräch mit dir. Aber dann kamen auch so Zwischenmomente im Vorfeld, wo ich mir dachte, hey, Burak, wenn du dich von den anderen Maklern abheben möchtest oder andere Ergebnisse fahren willst, dann musst du auch andere Sachen machen, was sie nicht machen. Punkt Nummer eins. Und dann hast du natürlich deinen Teil dazu auch beigetragen, also im Gespräch, wie du das Ganze argumentiert hast, was mich sehr positiv überrascht hat. Und dann dachte ich mir, hey. Es ist auf jeden Fall was Gutes, was du sagst. Da will ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wir haben eben ja uns auch schon mal im Vorfeld ein bisschen unterhalten, weil, wie gesagt, du bist noch nicht lange dabei. Anderthalb Monate jetzt ungefähr. Anderthalb, zwei Monate in dem Bereich. Aber von dem Erstgespräch bis jetzt, ist dieses Thema, dass die Leute oft ein Missverständnis auf Verkauf oder Verkäufer haben. Da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil natürlich ist es so, dass der, wenn ein Mensch wie du jetzt beispielsweise im Gespräch ist, ist ja genauso auch im Einkaufsgespräch, wenn du einen Immobilienauftrag nehmen willst und du merkst, okay, der Eigentümer oder die Person vor dir, die hat noch irgendwo ein Missverständnis oder irgendwo eine Unsicherheit. Wenn ein Verkäufer, egal ob es ein Makler ist oder ich oder wer auch immer in dem Falle, hingeht und versucht, dir Sicherheit zu geben, und das natürlich auch mit Einwandbehandlung, ist ja vollkommen logisch, dann ist es oftmals so, dass die Leute das absolut falsch interpretieren, so nach dem Motto, Verkäufer ist die neue Beleidigung von heute. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also natürlich gibt es mit Sicherheit einige Verkäufer da draußen, will ich gar nicht abstreiten, 20, 30 Prozent, wie viel auch immer, ist auch eigentlich unwichtig, die einfach nur den Abschluss wollen, die einfach nur Geld machen wollen. Ja, die gibt es zu 100 Prozent. Aber der größte Teil, 70 Prozent, 80 Prozent, sind einfach Menschen, die einem helfen können. Dem geht es nicht darum, dir jetzt was zu verkaufen, sondern die wissen, dass sie dir helfen können und sind deshalb hartnäckig. Das einfach nur noch mal kurz zu dem Thema, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass die Leute da mal umdenken und das Verkaufen nichts Schlechtes ist. Jetzt hast du die Entscheidung getroffen, wir haben es durchgezogen, wir haben es direkt eingenagelt. Ich habe dich da auch nicht mehr rausgelassen, weil ich natürlich wusste, wir können dir helfen in dem Bereich. Wir haben ja mit offenen Karten gespielt. Was ist seitdem passiert? Also noch mal ganz kurz innerhalb von anderthalb Monaten, muss man ja dazu sagen. Ich glaube, wir hatten unser Telefonat an einem Donnerstag. Das kann sein, ja. Das Onboarding fand sogar am nächsten Tag schon statt, damit ich auch in der Folgewoche in den Live-Calls direkt daran teilnehmen kann. Ich glaube, das waren jetzt sechs Wochen, ist das her, sechs bis sieben Wochen. Und in den sechs, sieben Wochen ist natürlich viel passiert. Also ich hatte ja auch das Problem, was ich dir im Gespräch gesagt habe, dass es mir so ein bisschen an Strukturen und an Prozessen fehlt. Ich war bis zu dem Zeitpunkt schon gut am Markt etabliert, meiner Meinung nach. Und innerhalb der fünf, sechs Wochen ist viel passiert im Sinne von Umsatzvolumen, im Sinne von professionelles Auftreten, Mindset, ganz, ganz wichtig. Also dass man sich selber manchmal limitiert hat und natürlich noch mal das nötige Know-how in den einzelnen Prozessen, sei es im Einkauf, im Verkauf, in den Verhandlungsgesprächen, wo ich auch beispielsweise Heinz mal an einem Donnerstagabend um 19 Uhr eine WhatsApp schreibe, um dass er mich noch zurückruft, was mir sehr, sehr weiter geholfen hat. Genau. Okay, also du hast auf jeden Fall mehr Umsatz gemacht. Wie viele Aufträge hast du jetzt in dieser Zeit gemacht? Also vielleicht die Frage, wie viele Objekte in dem Zeitraum verkauft worden sind. Ja, oder so rum. Also ich muss mal selber schmunzeln ein bisschen, aber wir haben tatsächlich in den letzten vier Wochen vier Objekte erfolgreich beurkundet. Nächste Woche steht die nächste Beurkundung an. Baufinanzierungsvolumen haben wir knapp 1,5 Millionen Euro geschrieben. Und ich bin kurz, also auf der einen Seite bin ich natürlich sehr dankbar für den Umsatz. Aber das, was mich ärgert, dass wir die sechsstellige Summe ganz knapp nicht erreicht haben. Da mach dir keine Sorgen, das wird die Zukunft bringen. Da bin ich mir bei dir wirklich zu 100 Prozent sicher, weil du auch ein sehr aktiver, eine sehr aktive Person bist mit uns in der Zusammenarbeit, was sehr, sehr wichtig ist, um den Erfolg auch sich wirklich holen zu kommen. Ja, sich das wirklich abzuholen. Und deshalb bin ich mir da, also ich sehe da sehr, sehr positiv in die Zukunft. Und du bist auch wirklich ein Macher, das muss man dazu sagen. Du setzt die Dinge wirklich um. Du arbeitest nach System, du arbeitest nach Plan. Wenn du Fragen hast, du stellst diese Fragen, du willst keine offenen Tabs bei dir im Kopf haben. Damit kannst du selber nicht gut umgehen, denke ich. Und das beschleunigt das Ganze natürlich umso mehr. Danke dir. Also finde ich sehr, sehr cool. Gib doch mal jetzt auch an Leute, die vielleicht dieselben Herausforderungen hatten wie du und die an einem ähnlichen Punkt stehen. Soll ich mir helfen lassen oder ich habe die und jene Herausforderung. Was würdest du Menschen raten? Also grundsätzlich würde ich jedem Menschen raten, erstmal sein Ziel zu definieren. So, was will ich, was will ich nicht. Und dann, dass man auch sagt, dass man in sich geht, weil man sich die Frage stellt, warum will ich mir gar nicht eigentlich helfen lassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn man sich selber besser kennenlernt, dann trifft man auch bessere Entscheidungen im Folgenden. Und es ist kein Rückschritt oder dass es kein sich kleiner machen, wenn man sich einen Coach oder Berater zur Seite holt, der dir weiterhelfen kann. Weil in der Regel hat dieser Coach oder Berater Berufserfahrung, beispielsweise Heinz. Der macht den Beruf, den ich aktuell seit anderthalb Jahren ausübe, schon 30 Jahre lang. Und von seiner Erfahrung kann ich profitieren. Dass man einfach auch offen dafür ist. Und natürlich auch die Prozesse, wie jetzt zum Beispiel ein Verkaufsprozess. Da hast du mir eben eine supergeile Story erzählt, den Verkaufsprozess bei einer Immobilie jetzt angewendet. Was war das Ergebnis daraus? Ja, dass der Eigentümer einen höheren Verkaufspreis erzielt. Und was ist daraus resultiert? Ein Folgeauftrag. Also es sind multiple Vorteile am Ende des Tages. Okay, also das ist dein Rat an Leute nach da draußen. Macht einfach. Einfach machen. Einfach machen, nicht auf die Leute, also nicht immer auf das direkte Umfeld hören, sondern auch sich an Menschen orientieren, die schon da sind, wo man gerne wäre. Und auch den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Das würde ich denen auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Und dass man einfach macht. Also einfach machen und der Erfolg kommt von alleine. Das ist das, was ich denen mitgeben kann. Sehr cool. Ich glaube, das sind gute abschließende Worte. Ich meine auch. Burak, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Und ich freue mich sehr, sehr auf die Zukunft. Und wenn auch ihr diese Entscheidung trefft oder treffen wollt oder kurz davor steht wie der Burak, dann findet ihr alle relevanten Informationen hier unten drunter. Und wie gesagt, nochmals vielen Dank und ciao. Also ich habe halt für mich gemerkt, ich bin Quereinsteiger. Ich komme ursprünglich aus der Bank. Bin in der Bank, ist gewohnt, in Strukturen zu arbeiten. Und das hat mir ein bisschen in meinem Unternehmen gefehlt. Nicht, weil ich es nicht wusste, sondern einfach eben, weil ich Quereinsteigerin bin. Und ich merke halt, dass mir die Strukturen von Heinz einfach Sicherheit geben. Und das ist auch das, was das Coaching für mich ausmacht. Das ist ja jetzt nicht der heilige Kral, aber es sind halt einfach viele Ideen, wo man denkt, das ist total logisch, warum bin ich da nicht schon vorher drauf gekommen. Und ich kann halt einfach viel schneller, effizienter sein, weil mir die Ideen schon vorgegeben werden. Das ist ja jetzt nicht der Heilige, warum ich da nicht ganz sicher. Vielen Dank.